So, ich stehe jetzt vor einer Arbeit von Katharina Bosse und es geht um Burlesque-Fotografien, die sie hier in einem gesonderten Rahmen ausstellt als Kommentar zur Ausstellung und die für mich nochmal ganz besonders den Female View betonen, weil es um selbstgewählte Motive von Künstlerinnen oder Kleinkunstdarstellerinnen geht, die in dem Bereich Burlesque arbeiten.